Wir können ihn nicht sehen, aber wir atmen ihn täglich ein. Hausstaub kann gefährlich sein und krank machen. Er besteht zum Großteil aus extrem feinen Staubkörnchen, die leicht über die Lunge in den Blutstrom gelangen und so für die Gesundheit besonders bedenklich sind. Unsichtbare Partikel wie Ruß, Milben, Schimmelpilze, Pollen, Zigarettenrauch und Tierhaare werden von der Heizungsluft umhergewirbelt und verursachen Krankheiten in den Atemwegen oder fördern Allergien. Insbesondere Kinder sind gefährdet. Sie krabbeln und spielen auf dem Boden, wobei verschiedene Gegenstände in den Mund gelangen und der ständige direkte Kontakt mit Staub und Schmutz nicht verhindert werden kann. Da das Immunsystem noch nicht vollständig intakt ist, können sich die Staubpartikel negativ auf die Entwicklung des Nervensystems und der Organe, die teilweise für die Entgiftung von Schadstoffen verantwortlich sind, auswirken. Studien belegen, dass immer jüngere Kinder unter allergischen Reaktionen leiden. Deswegen wird eine Allergieprävention bei Babys immer wichtiger. Pure BBR von Rhea unterstützt sie dabei an richtiger Stelle, damit sie rechtzeitig vorbeugen können. Die Staubfilter eignen sich für alle zwei Platten Heizkörper. Dafür öffnen sie das obere Gitter und legen die Filter hinein. Falls die Filter nicht passen, können sie leicht zurechtgeschnitten und danach in die Heizung gelegt werden. So sind sie aus der Reichweite ihres Kindes und von außen nicht sichtbar. Ohne Behinderung strömt die warme Luft der Heizung durch die offene Wabenstruktur. Dabei werden die krankmachenden Partikel durch die elektrostatische Aufladung gefangen und dem patentierten Filter sichtbar. Je nach Staubbelastung wirken die Filter drei bis sechs Monate.